Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. Es ist mal wieder Donnerstag und wie so oft gibt es Supertest-News heute. Ein Tier 4 Premium der Russen-Sowjets geht in den Supertest, der IT-3. Wir werden uns hier seine vorläufigen Werte anschauen, mit denen er jetzt getestet wird. Wir werden einen Vergleich machen mit anderen Vierermediums, um ihn da ein bisschen einzuordnen. Und dann schauen wir mal, wo das Fahrzeug so rauskommt. Wenn ihr euch für diese Videos hier interessiert, hinterlasst meinen YouTube-Kanal gerne ein Abo. Dann verpasst ihr in Zukunft keine dieser Videos mehr. Das freut mich sehr und unterstützt mich mit meiner Arbeit hier. Und wir steigen mal direkt ein in die Werte und den Vergleich. Wargaming schreibt selber, dass dieses Fahrzeug nie die Welt erblickt hat. Es gab wohl nur Blaupausen oder halt Aufzeichnungen oder Planungen für dieses Fahrzeug. Es wurde aber auch, so wie es Wargaming schreibt, kein Prototyp gebaut. Das ist jedenfalls die Info, die Wargaming damit gibt. Wir haben hier eine kurze 76 Millimeter Kanone drauf. Und ich musste tatsächlich mehrfach nachrechnen, ob ich mich hier bei der DPM nicht verrechnet habe. Ich mache das jetzt nochmal. 60 Sekunden durch 8, denn er hat eine Nachladezeit von 8 Sekunden. Das sind 7,5 Schuss pro Minute. Er hat ein Alpha von 110. Das ergibt eine DPM von 825. Und wir sehen schon hier auf der rechten Seite, wenn man das mal einordnet... What the fuck? Was ist das? 825 Schadenspunkte pro Minute. Auf Tür 4. Das Ding sieht höchstwahrscheinlich 6er. Was will ich damit? Also selbst der T34-1941, die Variante, die höchstwahrscheinlich die gleiche Kanone hat. Ich gucke gerade mal drauf. 76 Millimeter. Ja, nicht ganz. Die Durchschlagswerte auf der Premium sind ein bisschen anders. Aber vom Alpha-Schaden ist das identisch. Selbst der, der ist ja schon scheiße. Aber 825 DPM, ich muss mich natürlich insofern relativieren. Das sind die vorläufigen Werte. Aber wir wissen ja, wie viel Wert Wargaming auf Low-Tier-Balancing legt. Man kann also davon ausgehen, dass jetzt hier die Test-Versionen sich nicht überschlagen werden. Und dass Wargaming jetzt hier nicht viel Aufwand betreiben wird, um diesen 4er-Premium ins Spiel zu bringen. Zumal ich davon ausgehe, dass das eventuell das Geschenkefahrzeug zu Weihnachten werden könnte. Und wir wissen ja, wie Wargaming mit Geschenkefahrzeugen so umgeht. Die sind ja in aller Regel immer die besten Fahrzeuge. Gut, ich versuche weiter so objektiv zu bleiben, wie es geht. Aber ja, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Wir haben eine Standard-AP mit 68 Pen. Wir haben eine Premium-Heat mit 100 Pen. Wir haben hier HE mit 38 Pen, 110 der Alpha auf AP und Heat und 164 der Alpha auf der HE. Die Fluggeschwindigkeiten 612 auf AP und HE. Tatsächlich fliegt die Heat schneller als die AP mit 700 Meter pro Sekunde. Das überzeugt alles nicht so wirklich. 0,45 die Genauigkeit bei 2,4 Sekunden Einzählzeit. Wir gucken mal in den Vergleich rein. Gut, der T-3441, der ist noch schlechter. Aber insgesamt mit, oder der Panzer 3J mit der 7,5. Wir machen mal die 5 Zentimeter hier drauf. Da sieht das Ganze auch schon ein bisschen anders aus. Also fassen wir kurz zusammen. Die Einzählzeit, die ist noch in Ordnung in dem Vergleich, den wir hier sehen. Damit kann ich leben. Die Soft-Stats kennen wir nicht, aber die Genauigkeit mit der DPM, um Gottes Willen. Wenn es wenigstens eine richtige Trollgun wäre, würde ich es noch verstehen. Aber so erschließt sich mir das Ganze überhaupt nicht. Schlechte Durchschlagswerte, schlechte DPM, schlechte Genauigkeit. Das Fahrzeug muss also irgendwie anders überzeugen, dass man hier wirklich Bock hat, mal wieder Tier 4 zu fahren. Wir haben 8 Grad Gun Depression, das ist in Ordnung. Die Gun Depression, die wir hier in der Vergleichsliste haben, die erstreckt sich über die komplette Bandbreite. 8 Grad ist in Ordnung. 25 Grad Gun Elevation ist auch gut. Wir haben ein Top Speed von 50 und rückwärts 15. Rückwärts ist nicht wirklich geil. Vorwärts ist ganz brauchbar. Wobei wir hier auch einfach nur irgendwo im Mittelfeld liegen. Und dadurch, dass wir die Bodenresistenz nicht kennen, können wir auch schlecht einschätzen, ob er die 50 auch wenigstens auf harten und mittleren Böden schafft. Ich gehe davon aus, auf harten schafft er sie. Auf mittleren Böden müssen wir einfach mal abwarten. Leistungsgewicht ist gut mit 21,8 PS pro Tonne. Das Fahrzeug ist allerdings nicht sehr schwer. Dementsprechend ist die grundsätzliche oder die absolute PS-Zahl nicht sehr hoch. Man muss also doch davon ausgehen, dass bei Hindernissen, sei es ein Baum, sei es ein Zaun oder irgendwelche Häuser, das Fahrzeug durchaus stark an Geschwindigkeit verliert. Gucken wir auf die Drehfreudigkeiten. Die Wanne hat 50 Grad pro Sekunde. Das ist sehr gut. Wobei man halt hier relativieren muss. Wir kennen die Bodenresistenz nicht. Das kann das nochmal anders einordnen. Und die Turmdrehgeschwindigkeit mit 34 Grad pro Sekunde. Ja, das relativiert es wieder so ein bisschen. Also fassen wir kurz zusammen. Er fährt recht zügig. Er kommt gut auf die Geschwindigkeit. Höchstwahrscheinlich die Wanne dreht gut. Der Turm hängt ein bisschen hinterher. Wir haben eine Panzerung, die im Vergleich hier auch eher mäßig ist und eher an ein leichtes Fahrzeug erinnert. Vor allen Dingen in der Seite. Aber auch die Frontpanzerung überzeugt nicht wirklich. Wir haben 560 Lebenspunkte. Da spielt er einigermaßen weit oben bei den Mediums hier mit. Aber auch das ist nichts, was irgendwie besonders erwähnenswert wäre. Und wir haben eine wahnwitzige Sichtweite von gerade mal 320 Metern. Und auch das ist extrem schlecht, wenn man ihn mit anderen Mediums auf der Tierstufe vergleicht. Insgesamt erschließt sich mit diesem Fahrzeug in diesem Status oder in diesem Stadium und mit diesem Status überhaupt nicht. Ich kann hier nur hoffen, dass Wargaming erstmal an der unteren Grenze des Machbaren die Statistiken oder die Werte eingeordnet hat. Und dass wir hier in irgendeiner Form noch einen Buff bei diesem Fahrzeug sehen. Vielleicht habe ich auch was übersehen. Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber das, was er hier mitbringt, gerade auf Seiten der Kanone, auf Seiten der Sichtweite und der Panzerung, überzeugt mich das nicht. Es ist insofern schade, dass Wargaming halt Aufwand betreibt. Auch wenn der Raum hat, oftmals gerade im Low-Tier-Bereich, wo solche Fahrzeuge extrem gering ist. Und dadurch aber bei den Spielern einfach zu einer Einstellung führt, dass die allermeisten dann dieses Fahrzeug, wenn man davon ausgeht, dass das ein Geschenkefahrzeug werden wird, zu irgendeiner Aktion, vermutlich zu Weihnachten, diese Fahrzeuge dann einfach direkt wieder verkaufen, um den Garagenstellplatz freizukriegen. Dann sage ich mir so, hey Wargaming, dann könnt ihr es auch gleich sein lassen. Dann brauchen wir die Fahrzeuge gar nicht. Dann schickt den Leuten einfach allen Garagenstellplatz und gut ist getan. Dann spart ihr Geld, weil am Ende kostet es ja trotzdem irgendwie Geld, den Grafik-3D-Designer da hinzusetzen und das Fahrzeugdesign. Also, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ich hoffe, 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 dass dieses Fahrzeug in irgendeiner Form noch besser gemacht wird. Wie gesagt, es sind die vorläufigen Werte. Ich habe aber leider nicht so viel Hoffnung, weil es halt Low-Tier ist und wir, wie gesagt, wissen, wie viel Aufwand Wargaming mit diesen Low-Tier-Fahrzeugen betreibt. Vielleicht ist es auch in den Boxen drin, dann wäre es noch viel blöder. Aber wir warten einfach mal ab. Lasst mir gerne euer Feedback zu dem Fahrzeug in den Kommentaren da. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ihm auch gerne einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Namen nicht genannt sind das Game One Fan, Kulle, Gorwin, Kirtano, Carbein, Baron, Halmdar, Klumpen, Rohrblitz, Jan, VG. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer Oher. Bis zum nächsten Mal.